Ja, Friede sei mit euch und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es jetzt um ein weiteres Video von dem Herrn Tillmann Knechte, von dem ich mittlerweile es bereue, überhaupt irgendwas von ihm in meinen Videos dort erwähnt oder auch angeführt zu haben und auch vorgespielt zu haben. Denn es geht hier um sein doppelteiliges Video namens Jesus ist Satan. Aus der jüdischen Sicht natürlich, was natürlich vollkommen klar ist, weil Satan heißt ja nichts anderes als Feind oder Widersacher. Und dass Jesus der Christus natürlich der absolute Prototyp eines des Feindes und des Widersachers, des auserwählten Volkes und ihres Gottes des Satans ist, das liegt ja wohl vollkommen auf der Hand und ist nur logisch. Und ja, wie soll ich das sagen? Dieses Video ist wirklich an mangelnder Erkenntnis von dem Herrn Knechte, an Erkenntnislosigkeit und an Irreführung, Verblendung nicht zu überbieten. Und deswegen möchte ich jetzt hier eine ganze Menge klarstellen, auch natürlich aus der Perspektive der Wahrheit. Denn der Herr Knechte beschäftigt sich scheinbar nur mit der dunklen Seite, mit dem Vater der Lüge. Und deswegen ist er dort von Lügen umzingelt sozusagen und sieht auch nichts mehr außer Lügen und sieht natürlich die Lüge nicht, vor allem nicht aus der Perspektive der Wahrheit. Er spricht aber die ganze Zeit von These, Antithese, Licht und Finsternis, als ob das irgendwie eine Erfindung wäre, dass hier die gesamte Menschheitsgeschichte ein Kampf ist zwischen zwei unsterblichen Kräften, nämlich Gut und Böse, Licht und Finsternis. Wer das nicht erkannt hat, er sagt ja selber, wer das nicht erkannt hat, der ist noch am Anfang seiner Reise, das kann ich ihm nur zurückgeben. Wer das noch nicht erkannt hat, dass dieses ganze Treiben hier des auserwählten Volkes ihres Gottes dieser Welt, des Satans, Luzifers, gegen das auserwählte Volk des wahren Gottes, nämlich diejenigen, die aus dem Geist göttlicher Liebe wiedergeboren sind, die Braut Christi, dass dies der Kampf ist, der seit Anbeginn der Menschheit geführt wird. Wer das nicht erkennt, der hat noch überhaupt gar nichts erkannt. Überhaupt gar nichts. 0,0. Und wie gesagt, der Herr Knechtel, der rührte und stocherte, wie gesagt, in irgendwelchen Unmengen und Türmen von Lügen herum, des Judentums, und ja, ihm mangelt es aber an jeglicher Wahrheit, an jeglicher Erkenntnis, um diese Lügen auch als solche zu erkennen. Er selber sagte, er glaubt an gar nichts. Er glaubt auch nicht, dass Jesus jemals existiert hat. Er bezeichnet sich zwar als Agnostiker. Er sagt dann, er möchte sich diese Tür, diese Hintertür dann offen lassen, um nicht dann von sich zu sagen, er sei ein Atheist und schließt die Existenz Gottes aus. Aber so wie ich ihn einschätze und jetzt einordnen und einschätze, nachdem ich nun viele Videos von ihm gesehen habe, ist er für mich ein absoluter Beweismensch, dem es an Glauben vollkommen mangelt, der nur an die Wissenschaft glaubt, wahrscheinlich auch an die Evolutionstheorie glaubt und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, er beschäftigt sich dort nur mit der Lüge und weiß diese aber nicht einzuordnen und kennt auch nicht den Grundsatz des Satans, die Wahrheit völlig auf den Kopf zu stellen und zur Lüge zu machen, zum Gegenteil zu machen, ins Gegenteil zu verwandeln. Und dieses Prinzip werde ich euch jetzt hier auch in diesem Verlauf dieses Videos, das nicht gerade kurz werden wird, auf jeden Fall präsentieren anhand dutzender Beispiele. Anhand dutzender Beispiele, wie der Satan dort alle Prinzipien des Heiligen in Unheiliges verwandelt hat. Was man dem Herrn Knechtel lassen muss, natürlich hat er mit dem Kern seiner Aussage dort vollkommen recht. Nämlich, dass das heutige Christentum nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun hat, mit den ursprünglichen Lehren und dem Heiligen Gesetz, was Jesus der Christus verkündigt hat und gelebt, einem lebendigen Beispiel gelebt und uns gezeigt hat. Sondern es wurde natürlich, wie ich schon in Dutzenden Videos gesagt habe, es wurde judifiziert und koscher gemacht und ins komplette Gegenteil verwandelt von dem, was Jesus selbst gelehrt und gesagt hat. Und diese alte, uralte Lüge wurde auch ihm wieder angehängt. Nämlich die Lüge dieses Yom Kippur-Prinzips, dass ein anderes Lebewesen beziehungsweise dieses unschuldige Blut dieses Lebewesens für die Sünden herhalten kann und somit der Sünder weiterhin leben kann. Danach leben ja, das ist ja die absolute Basis und Grundlage des Judaismus, dass dort andere unschuldige Lebewesen für ihre Missetaten dann büßen, damit sie weiterhin Böses tun können und dann immer wieder dort Jahr für Jahr, genauso wie sie ihr Kolnidre-Gebet Jahr für Jahr immer wieder ablegen und sich dann schon Absolutionen für das kommende Jahr dann erteilen, selbst von ihrem Gott sich holen, dass sie dann die Lizenz zum Lügen, zum Betrügen bekommen und natürlich dann auch hier diese Blutrituale, dieses Prinzip von Leben für ein Leben und eine Seele für eine Seele, denn in dem Blut ist ja für die Juden die Seele und das Leben enthalten, und deswegen sind diese Blutrituale für sie natürlich absolut essentiell und notwendig. Ohne sie können sie nicht existieren und ohne sie sind sie quasi verdammt. Das sind sie sowieso, denn diese Blutrituale werden niemanden erretten, sondern ganz im Gegenteil, wie Jesus der Christus auch sagte, diese werden die Schuld nur noch vergrößern und kein Opfer, kein Blutopfer von Mensch oder Tier kann jemals Sünden hinwegnehmen, sondern wie gesagt im Gegenteil, die Schuld wird nur noch größer, die Blutschuld, um die geht es hier in allererster Linie, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, habe ich in meinen Videos schon mehrfach behandelt und immer wieder erwähnt und werde es auch hier wieder tun, dass die Blutschuld diejenige Schuld ist, mit der der Satan die ganze Menschheit seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte täuscht, bis auf natürlich den heiligen Überrest, die Kinder des Lichts sozusagen, die das Heilige erkennen, das heilige Gesetz auch erkennen und annehmen, aufnehmen in ihr Herz und danach leben, wiedergeboren werden durch den Geist göttlicher Liebe, durch die Erkenntnis der wahren Liebe Gottes, die sich auf alle Geschöpfe erstreckt und nicht nur für einige, sondern zum Wohle aller tut und somit dann die Erkenntnis gewonnen wird, dass alles Leben wert zu schätzen ist wie das eigene und aus dieser Erkenntnis heraus dann halt auch alle Lebewesen alles Leben so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Denn letztendlich tut man diese Sachen sich selbst an. Das, was wir unserer Erdenmutter antun, auch nur irgendeinen Bestandteil dem Reich der Erdenmutter antun, das tun wir uns selbst an. Diese Prinzipien habe ich auch schon dutzendfach erwähnt. Die hat auch Jesus der Christus mehrfach erwähnt, dass das, was wir auch nur dem Geringsten seiner und unserer Mitbrüder und Schwestern antun, wir ihm antun, jedes Unrecht, was wir auch nur dem Geringsten seiner Mitbrüder, unserer Mitbrüder und Schwestern geschehen lassen, ohne dabei reinzuschreiten, das lassen wir zu, als sei es ihm geschehen. Ja, ich möchte jetzt hier erstmal beginnen mit, ganz am Anfang beginnen mit dem Schöpfungsmythos und, ja, warum sozusagen überhaupt die Schöpfung entstanden ist, warum Gott Leben im Überfluss schaffen wollte und auch dass, ja, die Geschichte von der Schlange im Paradies, die auch von sehr, sehr vielen missverstanden wird und sogar dann durch die Gnostischen Schriften falsch rübergebracht wird, wahrscheinlich sogar absichtlich falsch übersetzt wurde. Diese Gnostischen Schriften aus Nakamadi wurden über 50 Jahre lang verborgen gehalten und unter Verschluss gehalten und erst weit über 50 Jahre danach wurden dann irgendwelche Übersetzungen veröffentlicht, die so schlecht waren und so, ja, einfach nur schlecht übersetzt und unverständlich übersetzt waren, weil sie halt von Menschen übersetzt wurden, die nicht die geringste geistliche Erkenntnis oder der gleichen oder ja auch, wie soll ich sagen, einen christlichen Hintergrund in Anführungsstrichen hatten. Ja, und da fangen wir mal hier mal an, das ist ja auch hier die Idee des heutigen Satanismus sozusagen, auch der Church of Satan, der Kirche Satans, die ja dann glauben, dass die Schlange im Paradies das Gute oder die Gute war, der Gute wie auch immer, das den Menschen dann zur sogenannten Erkenntnis geführt hat, damit er dann Gott gleich werden könnte. Das war ja auch die Lüge der Schlange, dass sie gesagt hat, hat Gott etwa gesagt, ihr werdet sterben, nein, ihr werdet gewiss nicht sterben, sondern ihr werdet werden wie Gott, wenn ihr von diesem Baum esst. Und ja, die Frage ist jedoch nur, zu welcher Erkenntnis diese Schlange den Menschen, der bis dahin nur das Gute kannte im Paradies, im Garten Eden, zu welcher Erkenntnis die Schlange dort den Menschen, Adam und Eva sozusagen, dann gebracht hat. Nämlich natürlich zur Erkenntnis des Bösen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das Gute kannten sie sowieso schon. Sie kannten alleine das Gute im Paradies, denn dort gab es Dinge wie Leid, wie Schmerz, wie Krankheit und Tod, all diese Dinge gab es dort nicht. Oder dass sie sich sozusagen auch im Schweiß ihres Angesichts dort ihren Lebensunterhalt und ihr Brot erarbeiten mussten und verdienen mussten. Diese Dinge gab es dort alle nicht. Und letztendlich ist es dort die Erkenntnis des Todes, des Bösen gewesen, die den Menschen dort hinzugefügt wurde. Beziehungsweise zu der der Satan, die Schlange, dort den Menschen verführt hat und dies war eine Blutschuld. Wie auch im Gospel geschrieben steht, dass das eine Blutschuld war, Adams und Evas, was auch durch das Second Book of Adam and Eve nochmal untermauert wird. Und das liegt nur auf der Hand, ist nur vollkommen logisch, denn wenn wir uns die Schriften anschauen und uns dort die Menschheitsgeschichte vor Augen führen, von Abel und Kain an bis heute, so ist es über die Tausenden von Jahren sind es, war es und ist es immer noch die Blutschuld, die den Menschen von Gott getrennt hat und bis heute trennt und die den Menschen zum rechtmäßigen Samen des Satrans macht, vor allem auch durch das Essen von Fleisch, dass er so harmlos daherkommt, weil man ja nur zum Supermarkt gehen muss oder ins Regal greifen muss, aber überhaupt dann nicht sieht, was damit einhergeht, das Blutvergießen, das Leid und Elend, was damit einhergeht, das bekommt man nicht zu sehen, aber man setzt sich dadurch an den Tisch der Dämonen und macht sich dieser Blutschuld teilhaftig. Und die Blutschuld ist das Werkzeug und Mittel schlechthin, mit dem der Satan die Menschheit von Anfang an zu ihrem eigenen Verdammnis verführt. Ja, kommen wir nochmal zurück zu dieser Erkenntnis hier, man bedenke hier, wie bei allem, vor allem bei den Juden und ihren Schriften, dass sie und der Satan die Wahrheit und alles auf den Kopf stellt und ins Gegenteil also in die Lüge verwandelt und somit halt die Finsternis zum Licht macht und das Licht zur Finsternis macht. Die Wahrheit zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit. Es wird alles durch den Satan auf den Kopf gestellt. Man kann nicht einfach hergehen und sagen, die Lüge ist eine Lüge und damit zu verwerfen und es gibt aber keine Wahrheit, sondern das Gegenteil davon ist die Wahrheit und das muss einem bewusst sein und aus dieser Perspektive muss man das auch betrachten und verstehen und diese Erkenntnis, diese grundlegende minimale Erkenntnis, es scheint sogar Herrn Knechtel zu fehlen, der nicht erkennt, dass dieser Kampf, der hier stattfindet, wie gesagt, auf dieser Erde seit ihrer Erschaffung, der Kampf zweier unsterblicher Kräfte ist, nämlich Licht und Finsternes, Gut und Böse, was für ihn ja nur alles ein Konstrukt ist, der sogenannten hegelischen Dialektik vom Juden erschaffen, damit man diese gegeneinander ausspielen kann, ja, absolut lächerlich und erkenntnislos, wenn man hier nicht erkennt, dass der Satan hier, das Böse schlechthin, der Geist des Satanus dieser Welt hier und dieser Welt hier, diese Welt regiert und beherrscht, der Vater der Lüge, der Vater des Schwertes und des Blutvergießens, wenn man das nicht einmal erkennt, dann frage ich mich, ob diese Leute nicht etwa auf dem Mond oder sonst einem anderen Planeten, wenn es sie dann gibt, leben und nicht hier auf dieser Erde leben, denn wer das nicht sieht und erkennt, der ist wahrlich, wahrlich blind, so blind, wie man blinder nicht sein könnte. Ja, zum Beispiel sagt hier, Jesus der Christus im Gospel of Christ sagt hier, wenn Adam in Eden von der heiligen Weisheit gegessen hätte, nämlich den Baum des Lebens, dann wäre der Menschensohn heute nicht in eurer Mitte, also er selbst hätte dann nicht kommen müssen, denn der heilige Baum des Lebens wurde gepflanzt, damit der Mensch die Güte Gottes und nicht etwa das Böse Satans erkennen würde, was dadurch geschah, dass sie dort von dem sprichwörtlichen, bildlich gesprochenen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Wie gesagt, das Gute hatten sie sowieso schon, sie kannten nur das Gute, sie hatten zwar noch nicht die Erkenntnis wirklich durch den Baum des Lebens, aber sie kannten nur das Gute und nun kannten sie auch das Böse und haben das Böse erkannt, indem sie dort eine Blutschuld manifestiert haben im Garten Eden und wodurch der Tod auf der Erde manifestiert wurde im Garten Eden sozusagen und dann die Herrschaft des Todes des Satans über diese gewisse Zeit dort ausgelöst hat. Diese Zeit muss erst erfüllt werden, das ist die Zeit, die der Satan bekommen hat, bevor er der Minderwertige der sich dort versucht hat, dem Allerhöchsten gleich zu machen und denkt, dass er jetzt unmittelbar bevorstehen würde, das auch zu tun in seiner grenzenlosen Arroganz und Hybris und Selbstüberschätzung und Größenwahnsinnigkeit, genauso wie sein auserwähltes Volk. Dies wird jedoch niemals geschehen. Niemals. Nun aber muss alles, sagt Jesus der Christus hier weiter, nun aber muss alles zu seiner ursprünglichen Wurzel zurückkehren, denn die Welt hält die Lüge für die Wahrheit, wie sie in die Gedanken der bösen Menschen eingepflanzt wurde, die die Gesetzlosigkeit und nicht den Frieden lieben. weiter hier, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Durch diese Blutschuld Adams, diese Erbsünde kann man sagen, ist die gesamte Schöpfung in die Vergänglichkeit gefallen, in die Herrschaft des Satans des Todes, den es vorher nicht gegeben hat im Garten Eden und den es auch eines Tages dann nicht mehr geben wird, wenn wir nämlich in Christus wieder auferstehen und lebendig gemacht werden und wenn ultimativ dann auch Christus wiederkommt, um das ewige Friedensreich zu errichten, wenn Gott den Zeitpunkt bestimmt, wenn das Maß der Sünde voll ist und er diesem eitlen Treiben auf dieser Welt und des Satans hier ein Ende bereitet und ihn in die äußerste Finsternis verbannt mitsamt all jenen, die seine Lügen lieben und die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und weiter heißt es hier noch, die Ungehorsamen werden viele Prüfungen erhalten und diejenigen, die im Bösen verharren, diese werden herabsteigen und auf ewig zugrunde gehen mit dem Satan, aber diejenigen, die meinem Gesetz gehorchen, werden das ewige Leben erben. das ist das Brot und Wasser des Lebens. Hat ja Jesus auch zu den Menschen dort gesagt, die dann wieder kamen, nachdem dort die Speisung stattgefunden hat, der, wie viel waren es dort, der 2000, ich weiß es nicht mehr genau, wo sie dann wieder kamen und er dann sagt, wahrlich, ihr kommt nicht hier, um die wahre Speise zu hören oder aufzunehmen, sondern um wieder gesättigt zu werden, wo er gesagt hat, strebt nicht nach der irdischen Speise, sondern nach der Speise, die ewiges Leben schenkt. Und das ist das heilige Gesetz. Wenn man einen Christen fragt, einen Bibelchristen fragt, was ist das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens, das ewiges Leben schenkt, niemand wird einem dort eine Antwort geben können, niemand. Nicht auch nur annähernd, sondern sie glauben ja an dieses pervertierte, von den Juden pervertierte Blutopfer, das ja einzig und allein Erlösung schenken kann, was Jesus sich mit einem einzigen Wort jemals gesagt hat, im Gegenteil, im völligen Gegenteil. Aber das ist eine Lüge, die habe ich ja auch schon mehrfach, mehrfach schon vor Jahren, habe ich das ja auch schon vor Monaten und Jahren habe ich das immer wieder schon gesagt, dass diese Lüge, die schon Mose in die Schuhe geschoben wurde, durch diese Blutopfer, Erlösung durch das Vergießen unschuldigen Blutes, dass diese Lüge, die vorher schon Mose und Gott in die Schuhe geschoben wurde, wurde nun halt auch Jesus dem Christus in die Schuhe geschoben, um die Lüge weiterhin aufrecht zu erhalten und die Lüge sogar nicht nur im Judentum, sondern in die ganze Welt hinaus zu tragen. Ja, und weiter lesen wir hier im Philippus-Evangelium, dort heißt es hier, wir leben erst seit dem Tag, an dem uns Christus erschienen ist. Als wir Juden waren, heißt es hier, ich weiß nicht, ob das hier auch richtig übersetzt ist, da jetzt mal dahingestellt, waren wir noch halbweisen, sprich halt, sagen wir lieber, als wir ohne Christus waren, da waren wir noch halbweisen, heißt es hier, wir hatten nur unsere Mutter, nämlich das Gesetz, den Buchstaben, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig und deswegen, als wir aber Christen wurden, da bekamen wir zur Mutter und hinzu auch den Vater, nämlich die Erkenntnis und die Erfüllung des Gesetzes, nämlich die göttliche Liebe, die zum Wohle aller Geschöpfe tut und nicht nur für einige. Ja, gleich lesen wir noch was über die beiden Bäume im Paradies und ihre Bedeutung. Hier habe ich nochmal einen kleinen Text geschrieben, wir haben also gelesen, dass Jesus sagte, dass der Baum des Lebens gepflanzt wurde, damit der Mensch die Güte Gottes und nicht das Böse Satans erkennen sollte, was durch das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse geschah. Allein das Gute kannten Adam und Eva im Garten jeden, durch das Essen der verbotenen Frucht dann aber auch das Böse, indem sie sich dort zum Bösen verführen und verleiten lassen haben, dort ein Geschöpf Gottes zu morden und zu schlachten, Blut zu vergießen, den Tod auf Erden zu manifestieren und somit halt auch die Herrschaft des Todes. zu begründen sozusagen, bis diese Zeit des Bundes dort, der dort im Garten Eden dort geschlossen wurde, diese ja, 6000 Jahre, was für Gott, wie soll ich sagen, ein Tag ist für Gott ja wie für uns 1000 Jahre, deswegen halt diese 6000 Jahre am 7. dann die Ruhe, die dann kommen wird, der Sabbat, auch dazu nochmal später ein Wort der Erkenntnis von Jesus dem Christus, diese Ruhe ist nämlich schon längst gekommen, nur haben die meisten sie noch nicht erkannt, ja, aus dem Ersinium im Gospel wissen wir also, dass es eine Blutschuld war, wegen der Adam und Eva aus dem Garten Eden verbannt wurden, wie wir halt auch, wie gesagt, im Second Book auf Adam und Eve lesen, denn hier sagt Jeschua, denn von einem Menschen, nämlich Adam, gingen alle Menschen hervor und aus einer Sprache verwirrte der Satan das, die Sprache des Menschen, das war Satan und nicht etwa Gott, wie es in der Bibel heißt, in Babel, denn Babel heißt Verwirrung und Gott ist nicht ein Gott der Verwirrung, sondern der Satan, und der Satan machte dann viele Sprachen und viele Völker daraus, natürlich die Grundlage dann der Herrschaft der Angst durch Kriege, die dann jetzt ja beendet werden oder nicht beendet, sondern vielmehr ersetzt werden soll, weil ja die eine Weltregierung herbeigeführt wird, das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärt, in meinem Video habe ich auch schon mehrfach erwähnt, ich glaube 250 ist es dort, das kommende Reich des Antichristen, wo dort erklärt wird, dass diese Herrschaft der Angst nur dann ersetzt werden muss, weil ja dann die Herrschaft der Angst durch Kriege und Weltkriege nicht mehr gegeben ist, wenn es keine Nationalstaaten mehr gibt, sondern nur noch eine einzige Welt, sozusagen eine Weltregierung, dann muss natürlich ein neuer unsichtbarer Feind sozusagen erschaffen werden, weiter dann, damit die Herrschaft der Angst weiterhin bestehen kann und das war natürlich dann oder ist natürlich auch mittlerweile schon diese angebliche Bedrohung durch den Klimanotstand, den Klimawandel angeblichen, Stichwort Klimaleugner, Maskenleugner, Holoclausleugner und so weiter und so fort und diese Angst dafür, dass die Welt jetzt untergeht, sozusagen die ganze Natur zugrunde geht und die Menschheit aussterben muss, diese wird jetzt diese Angst vor einem Weltkrieg dann ersetzen und dann ultimativ dann auch die letzte Trumpfkarte, dieser Fake-Alien-Invasion, die die Menschheit dann ultimativ letztendlich dann vereinen soll, damit alle Menschen als Individuen sowie auch die Nationalstaaten ihre Souveränität aus der Illusion der Sicherheit vor diesem scheinbar übermächtigen Feind der Aliens dann halt aufgeben und dann dieser, an diese Weltregierung dann übertragen. Aber es ist ein anderes Thema und soll bis hierhin reichen. So, weiter heißt es hier, so war die menschliche Rasse also schuldig von Gottes heiligem Gesetz abgewichen und unschuldiges Blut vergossen zu haben. Dies ist die Herrschaft der Schuld, denn durch einen Mann, nämlich Adam, trat die Sünde in die Welt und alle Menschen sündigten und alle Menschen starben in Adam und leiden unter Adams Sünde der Blutschuld. Aber nur der Christus gibt allen wieder Leben, nämlich indem er den Menschen das heilige Gesetz zurückgab und sie ihnen die wahre Liebe Gottes zeigte, die nämlich zum Wohle aller Geschöpfe tut und nicht nur für einige, wie gesagt, und über die Erkenntnis dieser Liebe kommen wir dann noch zu der Erkenntnis, dass alles Leben wertzuschätzen und so zu behandeln ist, wie unser eigenes und über diese Erkenntnis dann, wie ich schon gesagt habe, ich sage es immer wieder, denn das ist der einzige Erlösungsweg, über diese Erkenntnis kommen wir dann zur aufrichtigen tiefen Reue, dass wir es tief aus ganzem Herzen bereuen, uns gegenüber den unschuldigen Schöpfen und gegenüber dem Heiligen Gesetz dort versündigt zu haben, dort Buße tun und Vergebung bitten und fortan es nicht mehr tun und dann erst sind diese Dinge in unser Herz geschrieben, ich rede hier aus hundertprozentiger Erfahrung und ich habe diese Dinge an meinem eigenen Leib, in meinem eigenen Geist und Herzen erlebt, ich weiß, dass das keine bloßen Sprüche sind, das ist die einzige Wahrheit, die einzige relevante Wahrheit hier auf Erden, das sage ich hier, so war ich hier, nicht stehe, sondern sitze, aber so war ich hier bin, in meinem ganzen Sein, in meinem ganzen Wesen sage ich dies, zur Warnung und zur Ermahnung euch dies zu geben, das ist der einzige Weg der Erlösung und kein anderer, niemand kann für unsere Sünden irgendwie durch irgendein anderes vergossenes Blut bezahlen, so wie die Juden es in ihrer perversen abergläubischen Art denken und tun, dazu gleich auch noch mehr. Ja, aber nämlich heißt es hier, nur der Christus gibt allen wieder Leben, wie gesagt, indem er den Menschen das heutige Gesetz zurückgab, die seine Gebote lieben. Das hat er ja auch gesagt, diejenigen, die seine Gebote halten, das sind diejenigen, die ihn lieben und nicht die ihn mit irgendwelchen Lippenbekenntnissen dort bekennen, so wie die Juden es ja auch tun und getan haben und zu ihnen dann aber gesagt wurde, dass sie zwar mit ihren Lippen dort bekennen, aber ihr Herz ist weit entfernt von ihnen. Ja, und so wurde durch den Missstand geheilt, damit alle Dinge wieder eins werden können mit Gott, indem sie von diesen Sünden der Blutschuld fliehen und Abstand nehmen, darüber Buße tun und somit halt auch nicht mehr angeklagt werden vom Können vom Satan für dieselben, sondern dass sie jetzt zu Gott gehören, da sie durch den Geist göttlicher Liebe wiedergeboren sind, sind sie eine neue Schöpfung und gehören zu Gott und der Satan hat keine Macht mehr über sie. Das sind die beiden Arten von Menschen, die es gibt, die, die aus dem Fleisch sind und die, die aus dem Geist sind. Und das hat auch nichts mit hegelischer Dialektik oder dergleichen zu tun, das sind einfach Fakten, die ich in meinem eigenen Leben erfahren habe, am eigenen Leib, wie gesagt, meinem eigenen Herzen, meinem eigenen Geist und die zu 100% wahr sind. Weiter sagt hier Christus, erbarmt euch über die anderen und die Geschöpfe Gottes und ihr werdet euch im Hause Gottes freuen und das Gute vom Bösen kennen und trennen, was absolut essentiell wichtig und absolut erforderlich ist, da wir zwangsläufig einem dieser beiden Herren dienen. Ganz egal, ob wir daran glauben, es gibt keine Neutralität im Denken und im Handeln, wir dienen zwangsläufig einem dieser beiden Herren. Wenn wir nicht im Stande sind, diese beiden Herren voneinander unterscheiden zu können, dann dienen wir 99,9999999999% aller Fälle dem falschen Herrn, nämlich dem Bösen. Es kann gar nicht anders sein, wenn wir nicht durch den Geist göttlicher Liebe wiedergeboren sind. Denn die ewigen Eltern teilen die Liebe mit allen sichtbaren und unsichtbaren Dingen und bringen alle Arten von Leben hervor. Warum? Damit die Liebe in jedem Tod und in jedem Zeitalter verwirklicht wird. Wenn ihr nicht liebt, seid ihr in allen Dingen tot und alle Dinge sind für euch tot. Lernt die wahre Liebe nach dem Willen Gottes, damit ihr alle den Segen erben könnt, der für diejenigen vorgesehen ist, die die Liebe kennen und lieben. Denn die Liebe tut zum Wohl aller und nicht nur für einige. dieser Segen, den wir hier erben können, von dem wir hier reden, ist natürlich unser Erstgeburtsrecht zum ewigen Leben, dazu später auch noch einiges mehr. Ja, die Liebe kümmert sich um die Geschöpfe Gottes und sucht nicht etwa ihren eigenen Lohn, sondern den Lohn anderer. Das Wort Dinge könnte man hier auch weglassen. Es geht hier nicht um Dinge, sondern um Lebewesen. Ja, Liebe ist die Schönheit des Gesetzes, die durch den Menschen Sohn verwirklicht wurde. Er lehrt die Wahrheiten Gottes, damit die Menschen die Liebe Gottes erkennen, die der Welt durch den Satan vorenthalten wird. In jeglicher Beziehung, auch in der Bibel, auch und vor allem in der Bibel. auch hier noch mal eine weitere Aussage. Hier sagt der Christus denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das heilige Gesetz oder die Propheten abzuschaffen oder um sie durch Neues zu ersetzen. Nein, ich komme um das Gesetz auszulegen und die Macht des Gesetzes zu demonstrieren. Wahrlich, ich sage euch, das heilige Gesetz ist vollkommen und steht über jedem Gesetz der Menschen und der Teufel, denn nichts kann das Gesetz herausfordern und bestehen. Denn das Gesetz prüft alle Dinge und alle Dinge unterliegen ihm. Denn das Gesetz beurteilt den aufrichtigen und den falschen Menschen gerecht und in der Weisheit von allem, was heilig und rein ist und es trennt durch alle Barmherzigkeit, Liebe und Kraft und durch die Gnade Gottes das Gute vom Bösen, damit der Mensch das Gute vom Bösen wählen und das Rechte vom Falschen erkennen kann, da er frei ist und mit freiem Willen zwischen Gott oder Satan wählen kann. Wie gesagt, ich führe hier diese Zitate alle an, damit verstehen können und damit ich hier diesen roten Faden in diesem Video hier weiter spinnen kann, sozusagen, damit ihr versteht, worum es hier geht, wie alles miteinander zusammenhängt. Weiter sagt er hier, darum sage ich euch, seht, einer, der größer ist als Mose, ist hier in eurer Mitte und ich gebe euch das höchste Gesetz, das vollkommen und vollständige Gesetz, ja kein neues Gesetz, sondern ein altes Gesetz, wie Adam und Henoch und Noah es erhielten. Ja, an dieses Gesetz glaubten die Propheten und die Auserwählten und es galt bis zu Johannes, doch es hat und wird sich niemals ändern, sondern bleibt in all seinen Einzelheiten wahr und dieses Gesetz der Liebe ist es, dem ihr gehorchen sollt. Wisset, dass mein heiliger Überrest unter den Menschen aus allen Nationen, nicht etwa nur aus Israel, dem geografischen Israel mein Gesetz empfängt und danach lebt und es schließlich an seine Kinder und Kindeskinder weitergibt, so wie die heilige Bruderschaft meiner Auserwählten die er kennt und die Johannes unter die Sünder ausgesandt hat. Und die, die an meine heiligen Gesetze glauben und sie befolgen, werden gewiss ihre Seelen retten und die, die ihm nicht gehorchen, werden sie verlieren. Ja, mit entsprechender Vorsicht in dem Wissen, dass der Satan sich natürlich auch in der Bibel offenbart hat, allzu oft, nicht nur, aber allzu oft, ist dem halt auch dementsprechend mit entsprechender Vorsicht dann auch die Geschichte der Verbannung Adams und Evas aus dem Garten Eden zu lesen in der Bibel. Dann heißt es ja, und der Herr Gott gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie auch nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs und Böses. Ja, sobald man die Erkenntnis von Gut und Böse hat, beides kennt, wird sozusagen das Heilige Gesetz aktiviert. Sobald man das Böse auch erkannt hat, tritt das Heilige Gesetz in Kraft, das seit Tagen von Adam und Eva Richter über die Lebenden und Toten ist. Und dementsprechend ist dann auch die Erkenntnis dieses Gesetzes von Nöten, um das Gute vom Bösen dann halt auch trennen zu können, beides voneinander unterscheiden zu können und sich für das Gute dann entscheiden zu können, aus einer freien Entscheidung der Liebe heraus. Weiter heißt es hier, Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und der Herr Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen und zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft mit Schmerzen sollst du Kinder gebären nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ja, die Herrschaft des Männlichen, des Mannes, im Geistigen wie auch im Physischen, da verweise ich nur auf mein letztes Video über die beiden Gehirnhälften, da kann man mal drüber nachdenken. So, und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast, von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht, mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens, und Dornen und Diesteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feld essen, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden, und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell, hier natürlich absolute Lüge hier, dass der Herr Gott selbst dir angeblich ein Tier hernimmt und scheinbar dort ja häutet und nur um ein Fell dort für die beiden zu machen und sie zu bekleiden und der Herr Gott sprach siehe der Mensch ist geworden wie einer von uns zu erkennen Gutes und Böses und nun dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und ist und ewig lebt das ist natürlich hier exakt aus dem Mund der Schlange hier und nicht aus dem Mund Gottes denn nun hat es ja die Schlange geschafft gehabt dass der Mensch auch das Böse erkannt hat und vom Tod vom Baum des Todes gegessen hat somit hat die Schlange der Satan erreicht was er wollte und nun muss er natürlich mit allen Mitteln verhindern dass er auch noch vom Baum des Lebens dann ist damit er nicht etwa ewig lebt damit er nicht etwa dann erkennt zur Erkenntnis kommt des Gesetzes nämlich der göttlichen Liebe und dann halt sein Erstgeburtsrecht wahrnimmt sozusagen zu seinem Erstgeburtsrecht wieder kommt sozusagen zu der Erkenntnis dass er sozusagen und dann halt ewig lebt und das ist natürlich das einzige Handeln und Tun und Treiben des Satans und seines auserwählten Volkes hier auf Erden nämlich um zu verhindern um genau das zu verhindern dass die Menschen die Seelenmenschen sozusagen die Psychiker dazu später noch ein bisschen mehr dass die Menschen sozusagen die noch gerettet werden können die gerettet oder verdammt werden können weil sie sich dann gehen nach ihrer Entscheidung für das ein oder andere entscheiden entweder halt für die Rettung oder halt auch für die Verdammnis durch ihr Denken und Handeln und Tun das sind die Seelen um die es hier sozusagen geht für den Satan und halt natürlich auch für Gott der natürlich möchte dass so viele Seelen wie möglich errettet werden aber das muss natürlich auch seiner freien Entscheidung heraus geschehen und nun nachdem dort der Mensch sozusagen das Böse auch erkannt hat konnte Gott natürlich nicht einfach auch muss man auch mal aus der Perspektive betrachten man kann nicht einfach es ist einfach ein Unding sozusagen dann einfach ohne überhaupt sage ich jetzt einfach mal beides erkannt zu haben und sich für eines von beiden entschieden zu haben dann von der Frucht des Baumes des Lebens nämlich des ewigen Lebens zu geben denn das würde ja bedeuten dass man dem Bösen ewiges Leben schenkt wenn man nicht aus dem Geist göttlicher Liebe wiedergeboren wird dann hat man das ewige Leben nicht verdient denn ansonsten bleibt man böse und ja das Böse wird hinweg getan werden zusammen mit dem mit dem Bösen selbst mit dem Satan haben und deswegen musste der Mensch aus dem Garten eben vertrieben werden und die all diese Trübsal und das Leid und die Schmerzen und die Krankheit und den Tod all das musste er hier jetzt müssen wir hier durchleben um zu dieser einen Erkenntnis zu kommen damit wir wieder eins werden können mit Gott und unser Erstgeburts Recht dort in Empfang nehmen können was schon vor Grundlegung der Welt für uns bereit gelegt wurde wie gesagt ohne diese Wiedergeburt durch den Geist Göttlicher Liebe dann von dem Baum des Lebens Essen zu lassen würde wie gesagt bedeuten dass man dem Bösen ewiges Leben schenkt dass Gott das Böse züchten würde sozusagen das muss man natürlich auch noch bedenken und letztendlich war das aber auch alles Vorhersehung und alles musste so geschehen wie es geschehen ist es konnte nicht anders geschehen denn das ist der zwangsläufige Weg wenn es hier um Liebe und freien Willen geht dann geht es nur so dann ist das ein notwendiges zwingendes Übel sozusagen es gibt keinen anderen Weg außer dass Gott sozusagen den Menschen so geschaffen hätte dass er gar keine freie Wahl gehabt hätte und nur die Liebe das Gute hätte wählen können dann wäre es aber ja ohne Wert und ohne Erkenntnis vor allen Dingen ja und deswegen lesen wir hier und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus den Erdboden das hatten wir glaube ich auch schon genau zu bebauen von dem er genommen war und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten jeden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen das wäre natürlich im Sinne der Schlange gewesen natürlich dass ja der Mensch ohne Erkenntnis sozusagen dann vom Baum des Lebens essen könnte damit das Böse dann ewig lebt das wäre natürlich im Sinne der Schlange gewesen aber nicht etwa im Sinne Gottes und auch nicht im Sinne derjenigen die aus Gott sind die wirklich aus der Wahrheit sind aus der Liebe sind denn sonst würde ja das Gute ewig mit dem Bösen zusammenleben und das Böse könnte nie beseitigt werden hinweggetan werden wo es hingehört nämlich in die äußerste Finsternis ja hier nochmal aus dem aus dem aus dem es ziehen über den Gospel of Christ zu dem Fluch der Angst und des Schreckens habe ich auch schon einfach erwähnt nämlich hier den sogenannten Bund mit Noah wo dort alles was sich erregt und lebt angeblich dort zum Essen gegeben wurde als ein Segen wo es heißt Gott segnete Noah und gab dann dieses diese Erlaubnis dazu alles was sich regt und lebt dort abzuschlachten und sich einzuverleiben Blut zu vergießen bis zum geht nicht mehr obwohl ja gerade zuvor dort die Sintflut gekommen war wegen all des Blutvergießens auch da wieder eindeutig wer dort Vater dieses Gedankens war nämlich der Vater der Lüge natürlich deswegen sagt auch Jesus der Christus hier Messie in den Gospel zu einem späteren Zeitpunkt lesen wir nachdem Jeschua den Pharisäern viele andere Dinge gesagt hatte kamen einige der Schriftgelehrten und Ältesten aus dem Tempel zu Jesus und sagten sage uns warum lehren deine Jünger die Menschen dass es verboten ist das Fleisch der Tiere zu essen die als Opfer dargebracht werden so wie Mose sie bestimmt hat denn Gott sagte zu Noah sagen sie hier die Furcht und der Schrecken vor dir also vor dem Menschen soll auf dem Tier des Feldes und jedem Vogel der Luft und jedem Fisch sein in deine Hand habe ich sie dir gegeben macht euch sie untertan heißt es da ja warum sprichst du also dagegen frage sie ja Jesus den Christus darauf sagte er zu ihnen diese gute Erde die mein Vater Mutter zur Freude und zur Fröhlichkeit gemacht hat habt ihr mit euren bösen Taten der Gewalt und Grausamkeit in die untersten Regionen der Hölle verwandelt warum muss der Stärkere immer den Schwächeren ausbeuten ich sage es euch nämlich seit Satan die heilige Schöpfung Gottes verflucht hat ist nichts auf der Erde vor unheiligen Menschen wie euch sicher bis das der Menschensohn in all seiner Herrlichkeit kommt und jedes Geschöpf von dem Fluch der Angst und des Schreckens befreit und auch sagt Jesus dort in dem das hier in dem Gospel dass Gott weder Mensch noch Tier verflucht hat sondern dies natürlich der Satan gewesen ist denn aus Gottes Mund kann kein Fluch kommen auch diesen dieses Prinzip lesen wir in der Bibel mehrfach auch von Jakobus zum Beispiel ich glaube Jesus selbst hat es auch gesagt dass aus einer Quelle nicht gleichzeitig süßes wie auch bitteres Wasser hervorgehen kann und das sagte auch dann Jakobus wenn wir gleichzeitig mit unserer Zunge Gott preisen aber Menschen verfluchen dann ist unser Gottesdienst nichtig ja wie gesagt hier sehen wir wieder den Unterschied warum muss der stärker den schwächeren ausbeuten im Bereich des Satans heißt das natürlich als ein Segen dass alles dann was ich kriege und lebe natürlich abgeschlachtet werden kann Blut ohne Ende vergossen werden kann was das in der Herrschaft nach Gottes eben bedeutet ist dass der stärkere den schwächeren nicht etwa ausbeutet sondern ihn beschützt und und der gleichen schützt und hegt und pflegt sich um ihn kümmert mehr als um alle anderen deswegen heißt es ja auch der größte unter euch soll dienen und nicht etwa nach irdischer Art nach irdischem Maßstab herrschen durch Gewalt und Unterdrückung und Angst sondern durch das Gegenteil so jetzt kommen wir nochmal zu den beiden Bäumen im Paradies im Garten Eden zu denen heißt es hier im Philippus Evangelium es wachsen zwei Bäume im Paradies der eine macht zum Tier wenn man von ihm ist der andere zu einem Menschen nämlich zu dem Menschen der wirklich im Ebenbild Gottes ist zum Christus dem Erstgeborenen dem wahren Abbild des himmlischen Vaters in dem auch die ganze Fülle des Vater Mutter Gottes ist genauso wie im Heiligen Geist im göttlichen weiblichen wie auch im göttlichen männlichen ist die ganze Fülle des Vaters vorhanden und wenn man von dem Baum des Lebens ist dann eigentlich müsste könnte der auch man könnte den Baum des Lebens auch der Erkenntnis von Gut und Böse nennen und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse genannt wird der müsste eigentlich der Baum des Todes heißen der Baum der Erkenntnis des Bösen alleine deswegen halt auch der Baum des Todes und der Baum des Lebens müsste eigentlich heißen der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse dass man beides kennt und zu unterscheiden weiß und sich natürlich dann für das Gute entschieden hat und deswegen macht der eine Baum zum Tier wenn man davon ist und das auch gar nicht lebendig ist sozusagen denn lebendig macht nur der Geist und der andere Baum macht dann zu einem Menschen dass wir zu unserer wahren inneren Natur dem Christus in uns finden diese erkennen diesen guten Samen der in uns gesät wurde vom Christus selbst dort zum Wachsen bringen und wir selber zu einem Baum des Lebens werden Adam aber aß von dem Baum der zum Tier macht daher wurde er zum Tier und brachte auch selbst Tiere hervor deswegen müssen wir erst wieder diese Wiedergeburt durch den geistgöttlicher Liebe vollführen sozusagen damit wir wieder zum Menschen werden weiter heißt es hier deswegen verehren die Kinder Adams die Tiere der Baum von dessen Frucht Adam aß ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen eigentlich nur der Erkenntnis des Bösen und des Todes ja und so wurden die Tiere zahlreich wenn aber ein Mensch von dem Baum ist der zum Menschen macht dann wird er zum Menschen und bringt auch Menschen hervor nicht jetzt irgendwie an eine irdische Zeugung zwischen Mann und Frau denken durch physischen Geschlechtsverkehr sondern hier natürlich im Geiste auch das werden wir gleich noch lesen dass die Gemeinde Christi die Maria Gottes diejenige war schon immer war und ist und bleiben wird die ihn in allen Zeitaltern hervorgebracht hat das lesen wir gleich noch in dem Auszug hier aus dem Messinium im Gospels zum besseren Verständnis ja dann verehrt der Mensch auch den Menschen den Menschen Sohn sozusagen den wahren Menschen der eben Bilde Gottes geschaffen wurde und somit halt verehrt er dann auch Gott weiter heißt es hier Gott schuf ein Paradies der Mensch lebte im Paradies es gibt keine Trennung darin und der Mensch lebte darin im Angesichte Gottes dort existiert die Einheit und unter den Menschen ist keine Trennung dieser Garten ist der Ort wo zu mir gesagt werden wird Mensch ist dies oder ist jenes nicht ganz nach deinem Wunsch des Lebens befindet der Baum der Erkenntnis des Bösen eigentlich wie gesagt des Guten und des Bösen ist eigentlich meines Erachtens hier ein falscher Ausdruck denn der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist meines Erachtens hier gleichzusetzen mit dem Baum des Lebens wie schon eben gesagt der Baum der Erkenntnis des Bösen also tötete Adam und der Baum der Erkenntnis des Lebens der Erkenntnis von Gut kann sich für eins entschieden hat nämlich das Gute macht dann den Menschen erst lebendig der Baum der das Gesetz ist tötet also der Baum des Todes der Erkenntnis des Bösen der tötet er hat zwar die Fähigkeit die Erkenntnis des Guten und des Bösen zu verleihen aber er entfernt den Menschen weder vom Bösen noch hält er ihn im Guten sondern er bewirkt Tod für entesst jedes nicht dass also ein äußeres Gesetz aufgestellt wird wird der Baum zur Ursache des Todes und halt auch wegen der Tatsache dass das Heilige Gesetz seit den Tagen von Adam und Eva Richter über die Lebenden und Toten war und ist und man sich entweder durch das Gesetz selbst richtet oder halt man Gott sieht denn jeder Mensch wird nach seinen Taten oder auch unterlassenen Taten der Nächstenliebe beurteilt werden und ja dort nach diesem Kriterium werden die Schafe von den Böcken getrennt wie es in der Bibel heißt und die einen zum ewigen Leben die anderen zur ewigen Schande zur ewigen Trennung von Gott so Adam und Eva waren also als sie noch im Garten Eden waren zwei unsterbliche Seelen oder Seelen Menschen da sie aber vom Baum der Erkenntnis des Bösen aßen und nicht vom Baum des Lebens der Heiligen Weisheit wurden sie zu Menschen des Gesetzes in Anführungsstrichen das heißt sie erkannten zwar gut und böse da aber der Heilige Geist nicht in ihnen war war das Gesetz sozusagen nur auf steinernen Tafeln und nicht in ihren Herzen geschrieben und war somit tot denn der Buchstabe tötet aber der Geist macht natürlich lebendig das ist der Grund warum die von der Frau geborenen Menschen vom Geist der Welt beseelt sind also sprich die die aus dem Fleisch sind sind von dem Geist der Welt beseelt dem antichristlichen Geist der in absoluter Feindschaft steht natürlich mit dem Geist Gottes ja und aus ja diese müssen dann halt wie gesagt aus Wasser und Geist erstmal wiedergeboren werden um ins Himmelreich einzugehen das ist ja auch das was Jesus gesagt hat wenn ihr nicht wiedergeboren werdet aus Wasser und Geist dann werdet ihr nicht ins Himmelreich eingehen das ist zwingend notwendig deswegen gibt es nur diese beiden Arten von Menschen die die aus dem Fleisch sind von der Erde sind irdisch gesinnt sind und die die aus dem Geist sind ja zwar auf der Erde sind oder auf der Erde leben aber nicht von dieser Welt sind in der Welt leben aber nicht von der Welt sind sondern aus dem Geist von Gott geboren sind erneut ja erst dann sind sie von Gott gezeugt und gehören nicht mehr zur Welt sondern zu Christus erst 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 dann werden sie von Tieren zu Menschen deswegen sagte Jesus der Christus denn ich komme um das Gesetz auf weiche fleischliche Herzen und nicht auf steinerne Tafeln zu schreiben damit die sanftmütigen leben denen auch dann die Erde gegeben wird die Erde erben werden die sanftmütigen und damit auch natürlich die Gesetzlosen gerichtet werden damit die ganze Schöpfung natürlich wieder in Liebe und Frieden in den ursprünglichen Zustand des Gartenebens zurückkehren kann damit das Böse wie gesagt nicht ewig lebt sondern an dem Tag den Gott dafür festlegt hinweg getan wird in die äußerste Finsternis wie gesagt wo großes Wein und Zähneknirschen sein wird so der erste Mensch der Sohn nämlich der Christus der Prototyp in dem die ganze in Anführungsstrichen der Prototyp in dem die ganze Fülle des Vaters des Vater Mutters sozusagen war ist wie auch in der Tochter nämlich dem Heiligen Geist die laut den Gnostischen Schriften auch sogar vor dem Sohn erschaffen wurde die heilige Weisheit wurde auch Geist Mensch genannt das wahre Abbild Gottes der Christus das Abbild des Abbildes nämlich der zweite Mensch der Adam sozusagen war ein Abbild dieses Geist Menschen der das wahre Abbild Gottes war und Adam Adam war nur das Abbild des Abbildes des ersten und wurde dann Seelen Mensch genannt in dem die Seele noch nicht mit dem Bräutigam dem Geist dort ewig vereint war die es in dem Prototypen dem Christus war den von Gott gezeugten Sohn sondern erst noch wie gesagt das geschehen musste und das ist auch der Grund warum hier dort die Seele vom Bräutigam getrennt werden konnte im Garten Eden das Adam von Eva getrennt werden konnte weil diese beiden noch nicht im himmlischen Braut Gemach miteinander auf ewiglich vereint gewesen waren dazu kommen wir auch noch ja das war halt wie gesagt der zweite Mensch war der Seelen Mensch das Abbild des Abbildes das war und der dritte wiederum war ein sterbliches Abbild des zweiten Menschen und wurde dann Erdenmensch feinschlofflich aus Materie genannt und das war dann sozusagen der gefallene und sterbliche Adam ja warum geschah aber all das und warum auch dann die Trennung von Gott es war ein notwendiges Übel damit der Mensch aus einer freien Entscheidung göttlicher Liebe heraus von Gott gezeugt werden konnte damit das Böse auch dann für immer besiegt werden würde durch das Gute denn Gott wünschte Leben im Überfluss zu geben damit alle Geschöpfe die Liebe Gottes erfahren können da sind da sind wir wieder hier bei diesem Gleichnis von Jesus dem Christus mit dem Acker wo der Besitzer der Bauer sozusagen wer natürlich dann Gott ist oder der Christus dann den guten Samen ausgesät hat aber halt auch der Feind seinen Samen des Unkrauts mit ausgesät hat und am Tag wenn die Ernte eingebracht wird dann wird das Unkraut ja vom der guten Frucht getrennt vom Weizen wie es dort in der in dem Gleichnis heißt schöne Grüße an dich der mir das ach so erkenntnisreiche den ach so erkenntnisreichen Kommentar geschickt hast über den Weizen ja genau so weiter hier geht es jetzt hier nochmal zur Erklärung zu dieser wunderschönen Erklärung von Jesus dem Christus warum Gott überhaupt sich dafür entschieden hat Leben im Überfluss zu erschaffen und auch zu geben denn es heißt dort hier der ewige Geist wünschte nicht mehr allein zu sein sondern Leben im Überfluss zu geben und seine Liebe mit so vielen Lebewesen wie auch nur möglich zu teilen dass diese Lebewesen jeglicher Art dort dann seine allumfassende alles durchwirkende göttliche Liebe erfahren können denn es gibt keine größere Erfüllung und Verwirklichung für den Menschen auf Erden wie im Himmel das lesen wir jetzt hier auch weiter daher erschuf er die erste Mutter nämlich die heilige Weisheit den Heiligen Geist der Alleltern und zusammen mit ihr hat der Vater Mutter Gott viele sichtbare und unsichtbare Geschöpfe erschaffen ja großartig sind die Wunder der Alleltern und den irdischen Menschen wenig bekannt weiter heißt es hier denn der ewige Geist drückte am Anfang aus dass die Liebe allen Dingen bekannt gemacht werden sollte und der ewige Allvater formulierte weiterhin den Willen seiner Liebe indem er in jede Schöpfung den Wunsch pflanzte Liebe geben und Liebe empfangen zu wollen denn geliebt zu werden und in Liebe zu teilen ist der Wille des Vater Mutter Gottes der mich in die Welt gesandt hat damit die die Liebe missbraucht haben wissen und verstehen würden dass Gottes Liebe und Barmerzigkeit unbegrenzt sind und nicht in menschlichen Werten gemessen werden können auch absolut essentiell hier in der Erkenntnis auch in der Erkenntnis über die Kraft des Kreuzes die nicht etwa in einem Blutopfer bestand sondern in diesem Zeugnis der göttlichen Liebe gegenüber der gesamten Schöpfung gegenüber dem Heiligen Gesetz und der Wahrheit damit die Menschen über diese Erkenntnis zu dieser einen alles entscheidenden Erkenntnis der Erkenntnis der göttlichen Liebe die zum Wohle aller Geschöpfe tut kommen alles andere ist dann sind nur noch Automatismen sozusagen die dann zu dieser Wiedergeburt im Geist der göttlichen Liebe führen wer zu dieser Erkenntnis gekommen ist der kommt zwangsläufig zu dieser tiefen Reue zu dieser tiefen Buße und Umkehr es geht nicht anders und deswegen ist das alles entscheidende diese eine Erkenntnis der wahren alles umfassenden Liebe Gottes die Symbole aller Geschöpfe tut weiter heißt es hier ihr sollt daher wissen dass Gott jeder Kreatur Freude an der Liebe gegeben hat damit diese Kreaturen die Liebe Gottes erfahren können denn Gott ist in allen Dingen und alle Dinge sind in Gott mit Dinge sind hier wie gesagt keine Dinge gemeint sondern alles Leben alles Leben ist Gott und Gott ist in allem Leben wisse daher dass die Liebe die Erfüllung des Willens und des Gesetzes Gottes ist ich sag es nochmal die Liebe die zum Wohle aller Geschöpfe tut und nicht nur für einige und die die seine Gebote halten die teilen diese große Liebe es gibt keinen größeren Segen und keine größere Verwirklichung für den Menschen als die Liebe Gottes zu kennen und diese Liebe wird nicht nur zum Segen dann für den jeweiligen Menschen sondern für alle für alle mit denen er sozusagen in Kontakt und in Berührung kommt ja denn diejenigen die zur Erkenntnis des einen Vaters kommen kommen zum Wissen über die große Familie des Lebens der großen Familie Gottes Ja ich sage euch heute das Leben ist der Weg zur Liebe und die Liebe ist der Weg zum innigen Leben liebt euch und die Geschöpfe Gottes und alle Arten von Frieden und Freude werden über euch kommen erbarmt euch über die anderen und die Geschöpfe Gottes und ihr werdet euch im Hause Gottes freuen und das Gute vom Bösen kennen Das rundet das Ganze nur nochmal ab was ich jetzt schon zehnmal gesagt habe und auch nie müde werde zu sagen was die wahre Liebe Gottes ist So dann lesen wir das nochmal was ich eben schon angesprochen hatte im Philippus Evangelium dort heißt es hätte sich das Weib nicht vom Mann getrennt also die Seele nicht vom lebensspendenden Geist dem Bräutigam getrennt so würde es nicht sterben das Weib also die Seele mit dem Mann diese Trennung ist die Ursache des Todes deshalb kam Christus damit er die Trennung die vom Anfang der Welt bestand wieder beseitige sie beide vereinige und allen die durch die Trennung gestorben waren Leben gebe und sie wieder vereinige die Seele wieder mit ihrem Bräutigam dem Christus vereinige nachdem sie sich dann wieder gereinigt und für ihn in Anführungsstrichen geschmückt beziehungsweise natürlich dann wieder gereinigt und für ihn in ihren jungenfräulichen Zustand sozusagen zurück versetzt hat sich von allem von aller Unreinheit gereinigt hat vor allen Dingen natürlich von Dingen der Blutschuld und der Unzucht weiter heißt es hier im Brautgemach aber ist es nämlich im himmlischen Brautgemach wo sich die Frau die Seele also die gereinigte geläuterte Seele mit ihrem Gatten Gatten dem Leben dem Leben spendenden Geist dem Christus dann vereinigt für immer und dann auch nie wieder getrennt werden kann wer sich im himmlischen Brautgemach vereinigt der trennt sich nie mehr dann ist die Seele zum ewigen Leben gekommen da sie mit dem Bräutigam dann vereinigt wurde für immer Eva konnte sich von Adam trennen heißt es hier da sie noch nicht mit ihm verbunden gewesen war im Brautgemach im Garten war sie noch nicht mit ihrem Bräutigam dort vereint denn dort kannte ja dort kannten sie ja nur das Gute hatten auch keine andere Wahl sozusagen quasi ja nur das Gute kannten und das Böse noch nicht dann aber halt wie gesagt das Böse auf Erden manifestiert haben dadurch dass sie sich dort von dieser ja zum Essen in Anführungsstrichen dieser Frucht verführen lassen haben durch die Schlange und dann halt durch eine Blutschuld dort den Tod manifestiert haben und den Tod über die Schöpfung gebracht haben und damit auch dessen Herrschaft für diese gewisse Zeit so hier haben wir noch was aus dem treiteiligen Traktat eben aus der aus den Nakamadi Schriften dort lesen wir über die Schlange und die Verführung im Garten eben folgendes ja leider ist dort wie gesagt sind diese Nakamadi Schriften sehr dürftig übersetzt worden worden und haben auch viele Lücken wo dann teilweise an entscheidenden Stellen dann irgendwelche Worte fehlen das wahrscheinlich auch nicht zufällig so ist aber trotzdem habe ich es hier mal mit angeführt dort lesen wir hier der erste Mensch aber ist ein gemischtes geformtes und ein gemischtes Gebilde und ein Niederlegen der Linken oder derer der Linken und derer der Rechten und ein pneumatisches Wort wobei seine Meinung geteilt ist zwischen jedem der beiden Wesen von denen er seine Existenz empfangen hat das klingt jetzt erstmal sehr sehr kryptisch aber es jetzt gleich erklären der erste Mensch von dem hier die Rede ist das ist auch nicht etwa der von Gott gezeugte Sohn der Christus der Erstgeborene Gottes der in dem alle Fülle des Vater Mutters dort vorhanden war sondern das ist das Abbild des Abbildes nämlich Adam im Garten Eden er wurde dann halt geformt und auch gezeugt einerseits geformt durch Materie aber beziehungsweise halt durch ja wie soll man sagen Materie war es ja noch nicht aber es war halt trotzdem eine Gestalt sozusagen ein Gebilde und ja es wurde er wurde ja geformt von den wie es dort in den Gnostischen Schriften heißt halt auch von den Archonten von dem Demiurgen es war aber dann noch kein Leben in ihm sondern dieses wo musste ihm erst eingehaucht werden nachdem die Sophia die heilige Weisheit dann dem Demiurgen ihre Kraft geliehen hat sozusagen gegeben hat und dann hat der Demiurgen dort dem Adam das Leben eingerauft und da ist die Kraft der Sophia wieder aus ihm gewichen aus dem Demiurgen und in den Adam übergegangen und in dem Moment war der Adam im Garten Eden mächtiger als dort der Demiurge selbst der Demiurge dachte aber halt der Yaldabort dachte dort in seiner Hybris in seiner Größenwahn in seiner Selbstüberschätzung seinem Stolz er habe all diese Dinge erschaffen im Endeffekt war es aber natürlich der Heilige Geist der dort in Heiliger Union mit dem Heiligen Logos gewirkt und die Dinge erschaffen hat Ja und derer der Linken und derer der Rechten die in ihm niedergelegt wurden heißt es hier das ist natürlich hier die Linken die zur Linken und die zur Rechten das gibt ja auch den Right Hand Pass und den Left Hand Pass einmal die zu Gott gehören und man kann sagen dass das Gute und das Böse in ihm waren Der gute Same war in ihm dieser musste aber erstmal durch den Geist Göttlicher Liebe dann wiedergeboren und so wachsen gebracht werden und somit war halt beides in ihm und dann auch halt dieses pneumatische Wort das ist halt halt der also das pneumatische heißt ja Geist auf den Geist bezogen damit könnte man halt auch den inneren Christus verstehen der damit gemeint ist so deswegen sagt man dass ein Paradies für ihn gepflanzt wurde sodass er essen möge denn das adelige auserwählte Wesen welches im Menschen ist war sehr erhaben deswegen haben die Archonten einen Befehl gegeben wobei sie Drohungen ausschließen und über ihn eine große Gefahr brachten welcher der Tod ist damit ist hier an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gemeint nämlich dass dort ihm natürlich gesagt wurde von allen Bäumen könnt ihr essen nur von diesem einen wenn ihr davon esst werdet ihr gewiss sterben weiter weiter heißt es hier allein der genuss der dinge die schlecht sind ließ er ihn kosten und von dem anderen baum der die zweifache frucht hat ließ man ihn nicht kosten erst recht nicht vom baum des lebens damit sie nicht ehre erlangen hier sind jetzt wieder diese stellen wo die worte fehlen die natürlich überaus interessant gewesen werden gerade an dieser Stelle warum er jetzt nicht von dem lehrt natürlich um zu verhindern dass nicht das böse dass nicht dem bösen ewiges Leben geschenkt wurde sondern nur denjenigen die zur erkenntnis von gut zur wirklichen erkenntnis von gut und böse gekommen sind und dann sich für das gute entschieden haben und durch den geist göttlicher Liebe wiedergeboren wurden nur diese dürfen von diesem baum des Lebens essen und ewig leben nicht etwa die böse oder das böse damit sie nicht Ehre erlangen sie und damit sie nicht seien fehlt wieder was dann durch die böse Kraft welche die Schlange genannt wird sie die Schlange ist aber gerissener als alle bösen Kräfte sie führte den Menschen in die Irre sie ließ ihnen den Befehl übertreten sodass er sterben möge und dann wurde er hinausgeworfen aus jedem Vergnügen dieses Ortes dies ist das Wesen des hinauswerfens welches ihm wieder fuhr als er hinausgeworfen wurde aus den Vergnügungen der Dinge die zu der Nachahmung gehören wie gesagt das war nur ein Abbild des Abbildes und diese Erde ist wiederum ein weiteres Abbild ein vergängliches Abbild des Abbildes ja es war ein Werk der Vorsehung heißt es hier damit gefunden würde dass es eine kurze Zeit war in der der Mensch empfangen sollte das Vergnügen der ewigen guten Dinge in denen der Ort der Ruhe ist dieses hat der Geist bestimmt als er zuerst plante dass der Mensch empfange die Erfahrung des großen Bösen welcher der Tod ist das ist die vollkommene Unkenntnis des Alls und dass nachdem er erfahren habe alle bösen Dinge welche aus diesem Empfange von dem größten Guten welches das ewige Leben ist das ist die feste Kenntnis der Allheiten und das Empfangen aller guten Dinge wegen der Übertretung des ersten Menschen hat der Tod geherrscht gemäß der Offenbarung seiner Herrschaft welche ihm gehört welche ihm gegeben wurde als ein Königreich wegen der Verwaltung des Willens des Vaters Ja dem Tod sozusagen dem Yaldabaoth wurde hier die Verwaltung über die Erde gegeben und er ist ja der Gott der Welt und herrscht dort durch sein Gesetz nämlich Auge um Auge Zahn um Zahn Leben für Leben Seele für Seele wird dort alles eingefordert werden bis zu dem Punkt an dem dort das gilt für alle Menschen sagen wir es mal so das gilt für alle Menschen die noch nicht oder die nicht durch den Geist göttlicher Liebe wiedergeboren und aus dem Geist also von Gott gezeugt und geboren wurden nur über diejenigen hat der Satan Macht und der Tod Macht über diejenigen die wiedergeboren wurden durch den Geist göttlicher Liebe hat er keine Macht mehr sondern diese sind aus Gott gezeugt durch Gott gezeugt und über diese hat der Satan keine Macht mehr auch nicht das Gesetz von Auge und Zahn um Zahn Leben für Leben hat auch keine Macht mehr über sie er kann dort nur den Menschen die noch nicht wiedergeboren wurden das antun wozu sie ihm die Anrechte durch ihre Sünden gegeben haben das ist das was er kann in diesem Fenster sozusagen in diesem Handlungs nicht Zeitfenster sondern Handlungsfenster sozusagen kann er handeln und seine Strafen über die Menschen bringen gemäß ihrer Sünden die sie begangen haben ja nochmal hier zu diesem Punkt A hatte ich ja eben schon erklärt mit dieser Formulierung der erste Mensch also Adam im Garten innen ein gemischtes geformtes und ein gemischtes Gebilde und ein niederlegen derer der linken und derer der rechten und ein pneumatisches Wort habe ich ja eben schon erklärt ja dass dieses gemischte geformte wohl darauf bezieht dass der zweite Mensch geformt und gezeugt wurde also erst wie gesagt zu einem leblosen unbeseelten wie sagt man Menschen kann man es ja noch nicht nennen zu einem leblosen unbeseelten etwas dort geformt wurde bevor ihm dann der Lebensoderm eingehaucht wurde und er ein beseeltes Wesen sozusagen wurde und wie gesagt das niederlegen derer der rechten und derer der linken oder andersrum ruht wahrscheinlich darauf dass in ihm gut und böse waren da die rechten zu Gott und die linken zum Feind gehören auch in der gnostischen Auslegung und gnostischen Verständnis so auch hier nochmal das ist jetzt hier aus dem aus dem aus der Exegese der Seele ebenfalls hier eine Schrift aus der aus der Nakamadi Schriften wo hier sehr sehr gut beschrieben wird in dieser Schrift wie dort die Wiedergeburt sozusagen der Seele geschieht wie sie sich wieder vereint mit ihrem wahren Bräutigam dem lebensspendenden Geist dem Christus wie sie sich dort im himmlischen Brautgemach für immer mit ihm vereint ja es ist niemand weiß an welchem Tag sich Mann und Frau miteinander vereinigen nur sie allein wissen es denn im Geheimen vollzieht sich die Hochzeit der Welt bei allen die sich eine Frau genommen haben wenn sich aber schon die Hochzeit der Befleckung sprich der sexuellen physischen Vereinigung im Geheimen vollzieht um wie viel mehr ist dann die unbefleckte Hochzeit im himmlischen Brautgemach ein wirkliches Geheimnis und Mysterium denn sie ist nicht fleischlich sondern rein sie entspringt nicht etwa der sklavischen Begierde und den Gelüsten der fleischlichen Gelüsten sondern sie entspringt dem freigewordenen Willen sie gehört nicht zur Finsternis und Nacht sondern zum Tag und zum Licht wenn eine Hochzeit sich nicht im Geheimen vollzieht so wird sie zur Unzucht und die Braut begeht Unzucht nicht nur wenn sie den Samen eines anderen Mannes empfängt auch hier ist natürlich das wieder im Gleichnis und Sinnbild nicht gesprochen wer dieser anderen der Same des anderen Mannes ist das kann ja dann nur der Same des Satans sein und nicht der gute Same der in uns gesät wurde dann begeht sie dann halt Unzucht genauso wie wenn halt die Hochzeit nicht im Geheimen geschieht sondern man im übertragenen Sinne gesprochen dort auf offener Straße in der Öffentlichkeit dort Geschlechtsverkehr hat ich sage es jetzt einfach nur um damit die die Schwierigkeit haben zu verstehen was durch die Gleichnisse gesagt wird um es einfach nochmal zu sagen es gibt ja viele die ja sich dann auf die offenbare Bedeutung der Gleichnisse dann irgendwie beziehen und darüber sonst was für Geschichten erzählen und darauf rumreiten anstatt sich auf das zu konzentrieren was damit eigentlich gesagt wird und gesagt werden soll denn dadurch alleine deswegen ist es ja der Grund worum in Gleichnissen gesprochen wird damit die Mysterien die dahinter stecken verstanden werden können die der Mensch aber nur dazu zu verstehen in der Lage ist wenn sie mit Dingen gesprochen werden und verglichen werden die er kennt in seinem irdischen Leben hier das ist der einzige Grund warum Jesus in Gleichnissen gesprochen hat damit wir die Mysterien die himmlischen Mysterien über die Dinge erkennen und nachvollziehen die wir hier auf Erden tagtäglich erleben in der Natur und wie auch immer auch zum Beispiel ein weiteres Beispiel wo Jesus dieses Beispiel dieses Gleichnis erzählt hat mit den Knechten die jeweils dort Talente bekommen haben die meisten haben sie diese Talente vermehrt einer jedoch der hat dieses Talent vergraben und nicht vermehrt und manche ganz schlaue Leute die nehmen diesen Vers her und weil natürlich die Juden ja seit Jahrtausenden dafür auf der ganzen Welt bekannt sind überall dort wo sie waren haben sie ja durch dieses Wucher Kreditgeschäft dort die Nation seit jeher versklavt und ausgebeutet und ausgelutscht bis zum letzten Heller und Schäkel und das jetzt wird von vielen dort behauptet dass Jesus dieses Gleichnis benutzt habe mit den Talenten denn ein Talent war damals eine Geldeinheit dass Jesus damit sagen wollte dass das Wucher Kreditgeschäft was Tolles sei und man das tun müsse und wer das nicht tut der sei ein böser Knecht also wie gesagt erkenntnisfreier kann eine Auslegung eines solchen Textes oder eines solchen Verses von Jesus dem Christus natürlich nicht sein sondern er hat diese Dinge in diesem Gleichnis gesagt weil natürlich die Juden auch schon damals zu seinen Zeiten für diese Dinge bekannt waren nämlich durch dieses Wucher Kreditgeschäft wo er ihnen ja auch immer wieder gesagt hat sammelt euch keine Schätze auf Erden sondern Schätze im Himmel denn die Schätze auf Erden die werden gestohlen oder verrosten oder verrotten und dergleichen werden durch Motten gefressen oder durch Rost gefressen oder durch Diebe gestohlen aber die Schätze im Himmel die kann euch niemand mehr wegnehmen und deswegen hat er damit natürlich gesprochen mit diesen Talenten waren natürlich nichts sprichwörtlich dort irgendwelche Geldbeträge gemeint die dort investiert werden sollen beziehungsweise verliehen werden sollen um dann mehr wieder zurück zu fordern mit nichts tun so wie es der Jude tut sondern natürlich damit war gemeint dass der gute Same der in uns gesät wurde zum wachsen gebracht werden soll das ist das mit den Vermehrungen der Talente ist damit gemeint damit wir gute Früchte hervorbringen denn ein Baum der keine guten Früchte hervorbringt ist ein nutzloser Baum wird abgeschlagen und ins Feuer geworfen nichts anderes ist mit diesem Gleichnis mit den Talenten gemeint und es gibt ja unzählige Menschen vor allem auch diese Bibelchristen die nicht imstande sind diese offensichtlichsten geistigen Bedeutungen in diesen Gleichnissen dort zu verstehen sondern nur den geschriebenen Buchstaben vor Augen sehen und nicht in der Lage sind auch nur im geringsten zwischen den Zeilen zu lesen um das zu verstehen was eigentlich wirklich damit gesagt werden sollte ja weiter heißt es hier nochmal über die Braut die Seele letztendlich die Braut begeht Unzucht nicht nur wenn sie den Samen eines anderen Mannes empfängt sondern auch wenn sie ihrem Schlafgemach entweicht und sich öffentlich zeigt nur ihrem Vater ihrer Mutter dem Freund des Gatten muss es heißen nicht Garten dem Freund des Gatten und den Kindern des Gatten darf sie sich zeigen ihnen ist es erlaubt täglich das Brautgemach zu betreten die anderen aber mögen sich mit dem Wunsch begnügen die Stimme der Braut zu hören und von ihrer Salbe zu zehren sie mögen sich nähren von den Abfällen die von ihrem Tisch fallen wie die Hunde Bräutigam und Braut gehören ins Braut Gemach niemand kann Bräutigam und Braut sehen außer er wird selbst zu Bräutigam oder Braut weiter heißt es hier in der Nachamadi Schrift Exegese der Seele derselben wo ich gerade schon gelesen habe denn jene Hochzeit nämlich die himmlische Hochzeit dem himmlischen Braut Gemach ist nicht wie die fleischliche Hochzeit bei der die die im Begriff sind miteinander verkehrt zu haben Befriedigung zu erlangen pflegen durch ihren Geschlechtsverkehr und lastend vergleichbar lassen sie die Unruhe der Begierde hinter sich und sie wenden sich danach dann wieder voneinander ab sondern diese pneumatische geistige Hochzeit ist nicht von dieser Art vielmehr gilt wenn sie sich miteinander vereinigen werden sie ein einziges Leben und werden nie wieder getrennt deswegen sagte der Prophet über den ersten Mann und die erste Frau sie werden ein einziges Fleisch werden denn sie waren im Anfang beim Vater miteinander vereinigt bevor die Frau den Mann verließ der ihr Bruder ist nämlich ihren Bräutigam wo sie dann halt ja Unzucht beging und rum hurrte ihren Bräutigam verließ Diese pneumatische Hochzeit hat sie wieder miteinander verbunden und die Seele vereinigte sich mit dem den sie wirklich liebt nämlich ihrem naturgemäßen Herren wie es geschrieben steht der Herr der Frau ist nämlich ihr Ehemann der Christus der Bräutiger nach 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 erkannte sie ihn und sie freute sich wieder wobei sie vor ihm weinte als sie der Schande ihrer früheren Witwinschaft gedachte als sie dort in die Hurerei verfiel und sich von ihrem wahren Bräutigam getrennt hat und rumgehurt hat ja sie schmückte sich dann aber noch mehr damit er Gefallen daran finde bei ihr zu bleiben mit schmücken ist natürlich nichts anderes gemeint als sich wieder zu reinigen von aller Unreinheit damit sie dann als rein empfunden wird als würdig empfunden wird wenn der Bräutigam dann kommt um sich mit ihr zu vermehlen im himmlischen Braut gemacht ja und der Prophet sagt in dem Salmen höre meine Tochter und sie und neige dein Ohr und vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters denn der König hat deine Schönheit begehrt denn er ist dein Herr er verlangt von ihr dass sie ihr Antlitz von ihrem Volke und der Menge ihrer Ehebrecher abwende in deren Mitte sie früher war so Entschuldigung muss ich nochmal verbessern hier also er verlangte von ihr der Bräutigam verlangte von ihr der verunreinigten Seele dass sie ihr Antlitz dann von ihrem Volk und der Menge ihrer Ehebrecher sich dann abwendet in deren Mitte sie früher war und sich dann allein an ihren König halte ihren wahren Herrn und dass sie das Haus ihres Da empfingen sie dann auch den Samen von ihm Das ist der Geist, der lebendig macht, der ewiges Leben schenkt Damit sie durch ihn Kinder gebäre, die gut sind Und damit sie sie groß zielen Denn dies ist das große, vollkommene Wunder der Geburt Der Wiedergeburt durch den Geist Und so vollzieht sich diese Hochzeit nach dem Willen des Vaters Es ist aber angemessen, dass diese Seele Oder dass die Seele sich selbst wieder hervorbringt Und wieder wird, wie sie früher war Sprich, es ist angemessen, dass jeder Mensch selbst verantwortlich ist Seine Seele wieder zu reinigen von all diesen Gräueln und Unreinheiten Die dort durch die Hurerei, die geistige Hurerei entstanden sind Ja, die Seele bewegt sich durch sich selbst Und sie empfing daraufhin die göttliche Natur vom Vater Für ihre Erneuerung Damit man sie wieder an den Ort versetzen kann An dem sie von Anfang an war Das ist die Auferstehung von den Toten Das ist die Errettung aus der Gefangenschaft Das ist der Aufstieg zum Himmel Das ist der Weg hinauf zum Vater Ja Ich schau mal eben, wie weit wir hier sind Okay, Stunde 35 Dann würde ich das Ganze Im Anbetracht dessen, dass jetzt noch die Hälfte Noch vor uns liegt Hier nochmal eben abbrechen Und beim zweiten Teil dann Weiterführen Ich bedanke mich bis hierhin erstmal für eure Aufmerksamkeit Und danach werde ich dann, wie gesagt, nochmal im Einzelnen noch einige Dinge In dem Video von Tilman Knechtel eingehen Die absurden Dinge, die er dort behaupt Und diese völlige Verdrehung Ich konnte mir das auch nicht, den zweiten Teil nicht mehr bis zum Ende anschauen Weil ich mir das einfach nicht mehr anhören konnte Diese pervertierte Verdrehung der Wahrheit Durch die Juden und den Satan Das ist einfach so widerlich und abartig Dass man nur noch das Wirken dabei kriegt Und gerade auch in der Art und Weise Wie der Knechtel das da alles Einfach runterrattert Völlig gefühllos und monoton Das Nee, also das konnte ich mir wirklich nicht bis zum Ende anhören Aber das Wichtigste habe ich hier Dort Herausgegriffen und werde da auch nochmal Stellung zu nehmen Und dort Noch einmal auch zeigen Wie diese Dinge alle vom Satan Ins Gegenteil Pervertiert und verwandelt wurden Und wie das Licht zur Finsternis gemacht wurde Und umgekehrt In vielen einzelnen Details und Punkten, die dort erwähnt werden in dem Video Ja, in diesem Sinne erstmal Danke für eure Aufmerksamkeit wieder einmal Und auch Friede sei mit euch